Hallo Leute, ich dachte mir, ich drehe einfach mal ein Video zum Thema Visum und ja, dann fange ich einfach mal an und erkläre einfach mal so, wie das bei mir war. Aber ja, also bei mir war das so, dass wir erstmal so einen Brief bekommen haben von der Organisation und da stand halt drin, dass wir jetzt das Visum beantragen können und mit dem Formular DS 2019 und das war halt dabei und das ist halt so ein Formular in Englisch, was man auch ausfüllen muss. Und dann war da halt auch so eine Anleitung dabei, also das konnte man sich halt alles online ausdrucken, weil bei meiner Organisation ist es so, wir haben so ein Online-System und dort sind dann halt auch die verschiedenen Anleitungen oder Merkblätter oder irgendwie sowas. Und ja, dann habe ich mir halt so diese Anleitung ausgedruckt, habe mir das halt durchgelesen und habe dann einfach alles so Schritt für Schritt gemacht und das war eigentlich ganz leicht, weil man musste sich halt nur an die Anleitung halten und da war auch alles erklärt und das war halt auch online, also man musste halt auf so eine Internetseite gehen und da musste man dann halt so Formulare ausfüllen, so Name, Adresse, Alter und dann auch noch was, also die Visa-Kategorie, also was für ein Visa man beantragen möchte, ja in meinem Fall das J1-Visum und so weiter. Also da waren halt sehr viele Fragen. Ja, dann konnte man halt auch zwischen den drei Konsulaten wählen, die wir halt in Deutschland haben. Einmal halt Berlin, Frankfurt und München. Und da ich ja in Berlin wohne, ist es natürlich dann von Vorteil, dass ich dann auch in das Konsulat in Berlin gehe. Und ja, so war das. Also ich habe dann ja halt dort, also man musste eigentlich vieles ankreuzen und deswegen habe ich dann halt auch Berlin angekreuzt. Das ist ja sehr sinnvoll. Und dann konnte man halt auch, also wenn man alles ausgefüllt hatte, dann, man musste auch dann halt noch zwei Gebühren bezahlen. Einmal die Sevis-Gebühr und einmal, oh Gott, irgendwie ist auch so eine andere Gebühr. Ja, ich glaube irgendwie das eine war mal 180 Euro und das andere war 152 Euro. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber jedenfalls musste man halt zwei verschiedene Gebühren bezahlen. Und wenn man die Gebühren bezahlt hatte, dann konnte man erst einen Termin ausmachen beim Konsulat. Und ja, dann haben wir halt den Termin ausgemacht. Ich hatte das dann so früh wie möglich gemacht. Und dann war da halt dann die Zeit um 8.15 Uhr. Und das ist ja halt an der Schulzeit. Also es war halt ein Schultag. Und dann habe ich halt auch eine Schulbefragung bekommen, weil man ja nicht genau abschätzen konnte, wie lange das dauert. Weil dort ja auch noch ganz viele andere Menschen sind, die auch ein Visum haben wollen. Und deswegen kann man da schon mit einer Wartezeit rechnen. Und dann habe ich halt auch eine Schulbefragung bekommen für den einen Tag. Und dann bin ich halt dorthin gefahren. Aber dazu mache ich nochmal ein extra Video zum Thema Konsulat. Also der Tag beim Konsulat. Weil ich denke, dass es besser ist, wenn ich das so separat teile. Ja, so war das eigentlich. Also man musste halt, also alles halt, also es war bei mir so, dass man das halt alles online ausfüllen musste. Und dann halt die beiden Gebühren bezahlen musste. Und dann musste man auch Sachen ausdrucken. Also man brauchte einmal die Terminbestätigung. Dann brauchte man die Zahlungsbestätigung der Sevis-Gebühr. Man musste auch einen Reisepass mitbringen und das DS-2019-Formular, wo man dann auch noch unterschreiben musste. Und den Rest unterschreiben dann die Mitarbeiter dort. Ja, also da muss man halt dran denken. Aber das steht auch alles auf dem Merkblatt. Also ich habe ja so ein Merkblatt halt bekommen und das stand da alles drauf, was man mitbringen sollte. Und ja, ganz wichtig, das Passfoto. Also bitte denkt daran und nehmt ein aktuelles Passfoto. Bei mir war es auch so, mein Passfoto war zwar aktuell, aber die wollten dann irgendwie noch ein neues haben. Also ich hatte auch ein Problem, das irgendwie hochzuladen, weil es irgendwie nicht ging, weil irgendwie war die Qualität wohl nicht so gut. Aber ja, jedenfalls muss man da gucken mit dem Passfoto, weil das muss man halt auch hochladen im System. Und da muss man schon sehen, dass da halt die Qualität ganz gut ist. Aber bei mir war das eigentlich irgendwie gut, die Qualität, aber irgendwie auch nicht. Und dann hat es ein bisschen gedauert, dass ich das irgendwie da hochladen konnte. Aber ja, ja, dann kann ich ja nochmal kurz irgendwie darüber reden, wie ich mich jetzt gerade so fühle mit dem Visum und so. Also es ist schon irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn man halt jetzt schon weiß, also man hat seine Gastfamilie und dann geht man halt und beantragt das Visum. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein nächster großer Schritt halt in Richtung Auslandsjahr. Und das ist auch irgendwie wieder so aufregend. Also ja, das ist auch wieder wie halt so ein großer Schritt. Und das kommt halt immer näher. Also ich kann das irgendwie immer noch nicht richtig realisieren. Ich weiß nicht mal, ich weiß nicht, irgendwie ist es komisch. Aber langsam muss ich ehrlich sagen, langsam beginnt es bei mir, dass ich so ein bisschen Angst bekomme, halt so Lampenfieber halt. Weil es halt immer näher rückt. Und das sind jetzt, glaube ich, nur noch, oh Gott, Juni, Juli, ja, drei Monate, bis ich abfliege. Und das ist irgendwie, es ist einfach nur aufregend und einfach irgendwie ist halt wirklich schwer zu realisieren. Weil man denkt halt, dass es noch so weit weg ist und man hat ja noch so viel Zeit. Aber irgendwann ist die Zeit halt dann auch vorbei und dann geht man halt. Und das ist irgendwie schon so ein komisches Gefühl. Aber jetzt nicht irgendwie so ein trauriges Gefühl, sondern irgendwie so ein Gefühl der Freude. Also dass man sich halt einfach freut und dann halt kommt auch die Aufregung dazu und so weiter. Ja, aber ja, ich bin halt einfach nur froh, dass ich jetzt halt auch das mit dem Visum irgendwie gemacht habe. Und ja, ich hoffe, dass euch, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch irgendwie ein bisschen helfen oder so. Ähm, ja, also falls ihr irgendwelche, ähm, ja, Video-Vorschläge für mich habt oder irgendwas anderes, schreibt es einfach irgendwie in die Kommentare. Und ja, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!